In my mind Toll. Hallo? Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Das dient nicht dir einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. Habst du nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben. Das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Na? Schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett. Die Nadja. Er macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Komm doch mit. In my heart. 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 Untertitelung des ZDF, 2020